Noch sehr erfreulich, Sonny Kittel, Sonny hier vorne auch noch dabei, Aron und dann natürlich ein paar junge Leute dazwischen. Lukas Hennersee auch dabei, sehe ich gerade, also wunderbar, David ist auch da. Also ich bin schon begeistert, muss ich schon sagen, alle dabei. Ich hoffe nicht, dass noch viele Abgang machen. Aber wie gesagt, das geht immer weiter bei den HLV, ich brauche da gar keinen Ernst haben. Und jetzt schwenke ich mal um, unsere Tolleute auch wieder ganz fleißig da. Aber auch alle dabei. Also ich bin begeistert, in dem Ganzen. Schönes Wetter, schöne Sonne und ich hoffe, einen schönen Donnerstag. Alles klar, tschüssi. Bis nachher in der Rausenperle. Alles klar, tschüssi.